Das sind die neuen Mercedes-Transporter. Für jeden Einsatz, für jede Branche. Der Kastenwagen. Bis zu 9,6 Kubikmeter nutzbarer Raum. Niedrige Ladehöhe, große Laderaumtüren. Der Pritschenwagen. Drei Radstände. Als Hoch- oder Tieflader. Robust und wendig, wie der harter Alltag es fordert. Ganz bequem der Einstieg hinter der Vorderachse. Der Kombi. Handlich wie ein Pkw, geräumig wie ein Omnibus. Und alle neuen Mercedes-Transporter haben einen Fahrerplatz, der Komfort und Entlastung bringt. Der Mercedes unter den Transportern. Steigen Sie um. 168 Varianten stehen zur Auswahl.